ja ich möchte heute dem vincent gratulieren der namenstag hat vincent und vincent haben heute am 22 januar namenstag woher kommt der name vincent vincent ist lateinisch und bedeutet der siegende von wien wie die wiki da kam siegte von daher der siegende warum feiern wir heute am 22 januar seinen namenstag das liegt an vincenzo pallotti vincenzo pallotti der wurde 1795 in rom geboren und starb am 22 januar 1950 in rom und er war katholischer priester und gründer der ordensähnlichen gemeinschaft der palotiner er wurde an seinem 100. todestag am 22. 1950 durch papst pius den 12 selig gesprochen und am 20 januar 1963 während des zweiten vatikanischen konzils durch papst johannes den 13. heilig gesprochen berühmte vincent sind vincent van gogh mit sicherheit der maler aus holland und vielleicht kennen einige vincent louis das ist ein triathlet der hat auch schon in hamburg den triathlon gewonnen und war glaube ich jetzt 2016 bei den olympischen spielen sechster siebter irgendwas um die ecke war aber ja also nicht hat nicht ob die medaille mit gespielt aber war doch relativ weit vorne in dem sinne weitere informationen zu vincent und anderen namen natürlich unter unserer app name checker diese ist unter android und ios verfügbar und wie man namenstage für marketingzwecke einsetzen kann auf unserer webseite www warancon.de und den namenstage ich gratuliere allen vincent zum namenstag